UNTERTITELUNG Wo ist Karl? Ich glaube, er wurde entflürgt. Wer würde Karl entführen? Fällt Ihnen irgendjemand ein, der Ihrem Bruder schaden wollte? Nein. Oh Gott. Also, bei einer Schießerei. Seelst du auf das, worauf du schießt? Oder schließt du die Augen und hoffst, was zu treffen? Es war ein Wochenende des Grauens. Heute ist ein guter Tag. Findest du das nicht auch? Nein? Nein. Ich nehme es.